Für diesen kleinen Produktfilm habe ich mal drei kleine Produkte zusammengefasst. Und zwar sind das sogenannte Pockets von Think Tank, die alle drei verschiedene Aufgaben haben, aber halt eben von der Funktionalität ähnlich sind. Darum halt eben ganz schnell hier in diesem einen Film. Da haben wir zum einen einmal den Think Tank Battery Holder. Das ist so eine kleine Tasche, die mit einem Klettverstoß versehen ist. Wir haben hier zwei Fächer und die sind dafür gedacht, dass man hier also bis zu acht Stück von diesen kleinen Batterien hier reinmachen kann, die es ja auch als Akku gibt, die zum Beispiel halt eben hier von Eneloop pro Fach passen hier also vier von diesen Batterien rein. Dann werden wir erstmal hier live vor Ort direkt beschicken. Und diese Tasche, die kann man natürlich halt eben dann auch, wenn diese Akkus hier eingesetzt sind, und logischerweise dann wieder mit dem Klettverschluss verschließen. So sieht das dann aus. Also alles schon mal etwas ordentlicher als so, wenn Sie die jetzt halt eben ganz einzeln lose dann irgendwie in der Kameratasche rumfliegen haben. Dann wird das hier oben einfach rübergeklappt und mit dem Klettverschluss oben haben wir das dann so versehen. Vorteil ist halt eben der, es ist kompakt, alles an einem Ort hier verpackt sozusagen und dann wird das Ganze einfach so in die Fototasche gemacht. Man kann natürlich auch hier kleine Akkus reinmachen, die also von der Dicke her nicht so größer sein sollten, als das, was ich Ihnen jetzt gerade hier zeige. Und mit den Zweien haben wir das Problem, wenn wir die hier reinmachen, dann bekommen wir halt eben die Tasche nicht mehr zu. Diese beiden würden aber jetzt noch reingehen und die Tasche kann man halt eben auch dann verschließen. Das heißt, man kann es einmal hier als Battery Holder verwenden, neu deutsch natürlich Batteriehalter oder halt eben auch kleine Akkus, die halt eben etwas flacher gebaut sind. Das ist das eine. Dann haben wir hier noch diese beiden anderen Taschen. Das ist also einmal ein Speicherkarten-Etui, das orangefarbene. Das ist das sogenannte Pixel Pocket Rocket. Da passen also hier auch mit diesem Verschluss, wenn man das dann aufmacht, jeweils drei Fächer, also neun SD-Karten rein, die man hier einfach reinschieben kann. Ich meine, das will ich jetzt auch noch kurz eben laufen, einer eben machen, damit Sie das sehen können. Die kommen dann halt eben einfach hier so rein. Und das Tolle ist halt eben auch, dass man direkt sehen kann, hier, wenn man die unterschiedlichen Speicherkarten hat, beziehungsweise unterschiedlicher Größe oder eben auch dann zum Beispiel halt eben auf der Rückseite irgendwie einen Hinweis gemacht hat oder halt eben sich angehöhnt, dass man sagt, okay, also die, die offen sind, beziehungsweise die, die noch nicht verwendet worden sind, die mache ich halt eben so rein. Und die Karte, die voll ist, die mache ich dann einfach so mit der Rückseite nach oben hier rein. Ganz tolle Sache. Und hier haben wir noch so ein kleines Fach auf der Rückseite. Da kann man halt eben auch noch etwas reinmachen, irgendwas Flaches. Das ist alles überhaupt kein Problem. Vielleicht eine kleine Graukarte im Shake-Karten-Format. Das ist also halt eben hier die Think Tank Pixel Pocket Rocket für bis zu maximal neun SD-Karten. Und dann haben wir hier noch das letzte Speicherkarten-Etui. Das ist die PeeWee Pixel Pocket Rocket. Das ist also auch hier mit diesem Kettverschluss versehen das gleiche System. Unten jeweils für drei SD-Karten. Und dann haben wir hier vier CF-Karten, die wir hier reinmachen können. Auch mit dem selben System natürlich. Und das Sie auch direkt sehen können, was ist da eigentlich genau drin. Hier und dann hier einmal die SD-Karten einfach reinschieben. Auch hier kann man natürlich sofort sehen, was da oben drauf ist, beziehungsweise was da drin ist. Und das Ganze wird dann auch hier wieder zusammengeklappt. verschlossen und kann dann einfach in den Rucksack oder in die Fototasche oder halt eben auch in die Tasche von der Jacke, die man anhat. Die beiden Taschen, bis auf die kleine, bis auf den Battery-Holder, die haben halt eben auch hier diese kleine Befestigung. Auch mit so einem kleinen Haken kann man einfach halt in der Fototasche befestigen oder halt eben in der Tasche selber auch drin. Damit keine Angst haben muss, dass man das Ganze vielleicht dann doch nochmal irgendwie verliert. Das also die drei Produkte hier von Think Tank. Einmal der Battery-Holder, Speicherkarten, E2E, das Pixel Pocket Rocket und den PeeWi Pixel Pocket Rocket hier unten bei uns im Shop.